Hallo, willkommen zu diesem Video darüber, wie man seine Medicare-Zusammenfassungsbenachrichtigung oder MSN liest. Warum ist das wichtig? Medicare-Betrug ist eine der häufigsten Formen von Betrug. Es kostet Steuerzahler wie dich und mich mehr als 60 Milliarden Dollar pro Jahr. Wie beheben wir das? Wir überprüfen unsere MSN oder die unserer Liebsten. Wie funktioniert Medicare genau? Nun, nehmen wir mal einen Medicare-Empfänger oder Begünstigter, wie sie oft genannt werden. Sie gehen zum Arzt, der Begünstigte gibt dem Arzt seine Medicare-Information und erhält die medizinische Versorgung. Später schickt der Arzt eine Rechnung an Medicare und benutzt die Medicare-Nummer des Begünstigten, um die Zahlung für die erbrachten Dienstleistungen abzuwickeln. Das nennt man einen Anspruch. Medicare begleitet dann die angeforderte Zahlung und erstattet dem Anbieter für abgedeckte Dienstleistungen und der Arzt stellt dem Begünstigten die restlichen Eigenbeteiligungen in Rechnung. Das ist eine vollkommen legitime Transaktion und zeigt, wie das System funktionieren soll. Wie kommt es dann zum Betrug? Ein Betrüger könnte sich die Medicare-Information einer Person besorgen, entweder indem er den Begünstigten anruft und vorgibt, mit Medicare verbunden zu sein, oder irgendeine Art von Täuschung. Dann stellt der Betrüger eine Rechnung an Medicare, indem er behauptet, dem Begünstigten eine gesundheitsbezogene Dienstleistung erbracht zu haben. Dem Begünstigten ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass irgendwas davon stattgefunden hat. In der Zwischenzeit führt Medicare seine wichtigen Aufgaben aus und zahlt für diese Ansprüche in dem Glauben, dass sie legitim sind. Medicare bearbeitet Millionen von Ansprüchen jeden Tag und Betrug wie dieser gefährdet Milliarden von Steuergeldern. Wie können wir dem begegnen? Das liegt in Deiner Hand. Du kannst Medicare-Betrug stoppen, im Keim. Du hast die Macht, Betrug zu bekämpfen, indem Du etwas Einfaches tust. Überprüfe einfach Deine MSN und teile dem Senior Medical Patrol oder SMP mit, wenn es Verdächtige Ansprüche gibt. Bevor wir anfangen, lass uns darüber reden, welche Art von Medicare-Planen Sie haben können. Etwa 60% sind in dem, was man als Original Medicare bezeichnet. Die anderen 40% sind in den Medicare Advantage-Plan eingeschrieben. Diese beiden Programme stellen unterschiedliche Medicare-Erklärungen aus. Wenn Sie ein Teil von Original Medicare sind, werden Sie eine Medicare-Zusammenfassungsbenachrichtigung erhalten. Wenn Sie Teil eines Medicare Advantage-Plans sind, erhalten Sie eine Erklärung oder Leistung oder EOB anstelle einer MSN. Die Fähigkeit, Ihre Medicare-Erklärung zu verstehen, ist äußerst wichtig für Medicare-Begünstigte oder Betreuer zur Erkennung von Betrug. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre MSN überprüfen und verstehen können. Da jeder Medicare Advantage-Plan seine eigene EOB hat, werden wir in diesem Video nicht darauf eingehen, wie man die liest. Und bei Fragen zur Lektüre einer EOB wenden Sie sich an Ihren Plan, um Hilfe von der SMP zu erhalten. Die MSN zeigt genau, welche Gesundheitskosten an Medicare eingereicht wurden und ob die Medicare jeden Anspruch genehmigt oder ablehnt. Die MSN ist keine Rechnung. Die MSN wird alle drei Monate verschickt, wenn ein Anspruch eingereicht wurde. Wenn keine Ansprüche eingereicht werden, wird keine MSN versendet. Es ist wichtig zu verstehen und regelmäßig die MSN zu überprüfen, da je früher Sie Betrug oder Fehler feststellen, es besser ist. Schauen wir uns einige Beispiel-MSNs an. Zuerst überprüfen wir Teil A, der sich auf Krankenhausansprüche konzentriert, und dann Teil B, der sich auf medizinische Ansprüche konzentriert. Wir werden uns die wichtigsten Teile dieser MSN ansehen und wenn Sie möchten, können Sie es gerne gemeinsam mitverfolgen. Während des Videos können Sie jederzeit pausieren, um Ihre eigene MSN zu überprüfen. Los geht's! Hier oben im Dokument steht der Titel der MSN. Hier sieht man, ob es sich um Teil A oder B handelt. Hier sehen wir das offizielle Logo des Gesundheits- und Sozialministeriums oder der DHHS. Darunter sehen wir begünstigten Daten. Auf Ihrer MSN werden Ihr Name und Ihre Informationen angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Name und die Medicare-Nummer korrekt sind. Dieser Bereich zeigt den Zeitraum, auf den sich das Statement bezieht. Der Bereich Selbstbehaltsstatus zeigt an, was Sie zahlen müssen, bevor Medical beginnt, es zu zahlen. Entweder den Selbstbehalt, den Sie erreicht haben, oder was Sie bereits bezahlt haben. Dieser Bereich zeigt eine Zusammenfassung Ihrer genehmigten oder abgelehnten Ansprüche, sowie die Gesamtsumme, die Ihnen in Rechnung gestellt wird. Unter diesem Abschnitt wird aufgelistet, welche Einrichtungen und Gesundheitsdienstleister Ansprüche bei Medicare eingereicht haben, sowie die Termine, an denen die Dienstleistungen erbracht wurden. Zum Beispiel sehen wir hier das fiktive Otero-Krankenhaus. Ihre MSN wird anders aussehen und Einrichtungen zeigen, von denen Sie Versorgung erhalten haben. Achten Sie darauf, in diesem Bereich die Richtigkeit zu überprüfen. Wenn Sie eine Einrichtung in diesem Bereich nicht erkennen, ist es wichtig, bei Medicare oder dem SMP nachzufragen, um zu sehen, ob es sich um einen berechtigten Anspruch handelt und kein Fehler. Auf der zweiten Seite steht, nehmen Sie das Beste aus Ihrem Medicare. Diese Seite enthält hauptsächlich Anweisungen zum Lesen der MSN und Informationen zum Melden vom Betrug. Es ist wichtig zu beachten, dass bestimmte Leistungen wie Pflegeleistungen begrenzt sind und durch eine Nutzungsperiode eingeschränkt werden, die sich vom Seite 1 angegebenen Selbstbehalt unterscheidet. Im Abschnitt zur Nutzungsperiode erfahren Sie, wie viele Tage in Ihrem Nutzungszeitraum verbleiben. Im nächsten Abschnitt mit der Überschrift »So überprüfen Sie diese Bescheinigung« finden Sie drei Fragen. Durch Beantworten dieser Fragen erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrug oder Fehler schnell erkannt werden. Dieser Bereich enthält saisonale Botschaften wie Empfehlungen, wann Sie eine bestimmte Impfung erhalten sollen. Außerdem bietet er die Möglichkeit, die Informationen auf der MSN virtuell unter www.medicare.gov einzusehen. Auf Seite 3 finden Sie eine detaillierte Auflistung der eingegangenen Forderungen. Hier ist es wichtig zu überprüfen, welche medizinischen Leistungen in Anspruch genommen wurden und ob es Forderungen gibt, die nicht genehmigt wurden oder aus Versehen in Rechnung gestellt wurden. Durch Aufbewahren der von Ihnen erhaltenen medizinischen Rechnung können Sie das überprüfen. Wenn Sie zum Beispiel einen Ort sehen, für den Sie gar keine Rechnung haben, ist dies möglicherweise ein Betrug. Es kommt häufig vor, dass man Rechnungen bekommt für Dienste, die man nicht in Anspruch genommen hat. Hier sollte man bei der MSN genauer hinschauen. Sie können außerdem den MyHealthcareTracker von SMP verwenden, um Daten abzugleichen. Im obersten Teil von Seite 3 sehen Sie die Definition von Spalten, auf der viele für die Seite verwendete Begriffe erklärt werden. Hier hat der begünstigte Leistung von einem Otero-Krankenhaus erhalten. Die Spalten zeigen, wie viele Nutzertage verwendet wurden, ob die Forderungen genehmigt wurden und ob Kosten nicht gedeckt wurden, was Medicare gezahlt hat und den Höchstbetrag, der Ihnen in Rechnung gestellt wird. Dieser Bereich ist hervorgehoben, um leicht zu erkennen, welche Kosten für Sie anfallen könnten. Stellen Sie sicher, dass alle hier aufgelisteten Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden. Die letzte Spalte enthält Notizen zu den Leistungen. Diese Notizen können Sie am unteren Rand in Notizen einsehen. Auf der Seite Ihrer MSN finden Sie immer Informationen darüber, was mit abgelehnten Forderungen zu tun ist. und wie Sie Einspruch gegen die Entscheidung von Medicare zur Deckung einer Forderung einlegen können. Wenn Sie Fragen haben oder mehr erfahren möchten, finden Sie es beim Abschnitt Referenzinformationen. Das war Teil A. Jetzt kommen wir zu Teil B. So sieht eine Teil B MSN aus. Sie werden feststellen, dass sie fast genauso aussieht wie bei Teil A. Der Unterschied besteht darin, welche Forderungen aufgeführt sind. Um es noch einmal zusammenzufassen. Die Überprüfung Ihrer MSN ist wichtig, um Betrug und Fehler aufzudecken. Die ersten wichtigen Bereiche, auf die Sie achten sollten, sind die Abschnitte Gesundheitsdienstleister mit Forderungen in diesem Zeitraum. Sie sollten sicherstellen, dass Sie alles erkennen. Das ist die zweite Seite einer Teil B MSN. Sie werden feststellen, dass sie ähnlich ist wie bei Teil A, jedoch Begriffe wie Arzt oder Anbieter verwendet. Dieser Bereich ist derjenige, der am meisten anders ist. Im Gegensatz zu Teil A, der sich auf Nutzungszeiträume bezog, sehen wir hier Informationen zur Vorbeugung. Diese werden in der Regel zu 100% erstattet. Wie bei Teil A finden Sie ganz oben auf der Seite 3 Definitionen der Spalten, die viele auf dieser Seite verwendeten Begriffe erklären. Sie sehen erneut Informationen zu den gestellten Forderungen, die ähnlich angeordnet sind wie bei der Teil A MSN. Bewahren Sie alle Rechnungen auf und vergleichen Sie mithilfe der My Health Care Tracker von SMP die aufgeführten Forderungen der Teil B MSN. Schließlich enthält die letzte Seite Ihrer Teil B MSN Informationen zum Einspruch gegen Entscheidungen von Medicare. Dies ist derselbe Inhalt wie bei der Teil A MSN. Das Durchlesen Ihrer Medicare-Bescheinigung kann abschreckend wirken. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an unter 877-808-2468. Jeder US-Bundesstaat, Washington DC, Guam, Puerto Rico und die Jungferninseln haben ein SMP-Programm. Letztendlich ist der wichtigste Zweck der MSN, Ihnen einen Überblick über jede Einrichtung oder Anbieter zu geben, der Forderungen in Ihren Namen stellt. Mit diesem Wissen haben Sie nun die Möglichkeit, Betrug, Fehler und Missbrauch vorzubeugen, aufzudecken und zu melden. Medicare-Betrug kostet die Steuerzahler jedes Jahr 60 Milliarden Dollar. Doch indem Sie alle paar Monate sich die Zeit nehmen, Ihre MSN zu überprüfen, können Sie dazu beitragen, den Betrug zu bekämpfen.